Ja, hallo, ich bin der Ray. Mich kennen schon einige von vielen längeren Kongressen. Ich habe ja auch schon mal hier über Lockpicking geredet. Heute geht es ein bisschen um Open Source, den Einfluss auf Schlössern und so weiter. Mit meinen beiden Kollegen, nämlich einer Sportgruppe, die später auch noch einen Teil erzählen. Nämlich? Ja, mein Name ist Rfgei, als Nickname, normaler Name ist Jan. Ich beschäftige mich schon seit frühester Kindheit mit Schlössern. Das macht einfach Spaß und bin auch Mitglied im Münchner CCC und auch seit einigen Jahren aktiv in der Sportgruppe München. Genau, und ich bin der Michael, MH. Ich sammle seit über 30 Jahren Schlösser, habe Spaß daran, sie zu analysieren und wir werden euch heute ein bisschen was darüber zeigen. Ja, genau, wir fangen mal an hier. Es ist heute eine totale Whitescreen-Präsentation, also sehr weit. Das ist 16 zu 9, nochmal gestreckt, tut uns leid, aber irgendwie klappen die Auflösungen, die hier stehen, nicht ganz so wie sie sollen. Worum geht es? Es geht erstmal um Secret Keys. Kennt ihr alle von eurem SSH, habt ihr aber auch für eure Haustür. Dann irgendwas, was in New York passiert ist. Es hat ja mit Standardschlüsseln zu tun, es gibt noch mehr Standardschlüssel, die kann man auch verstecken. Das ist ein Thema, was auch in New York, wo wir es aber einige mich noch angesprochen haben, da haben wir es mit reingenommen, obwohl es nicht ganz zu Open Source passt. Weil einen richtigen Open Source dazu, doch wir haben einen Source-Code, das passt. Gut, und dann geht es um 3D-Drucker, die im Prinzip die Brücke bilden zwischen Open Source und der physikalischen Welt, sprich aus Quellcodes zu Schlüssel machen und um Elektronik, wo im Prinzip man die physikalische Komponente ein wenig weglässt und den Secret Key tatsächlich in Software implementiert. Gut, und dann haben wir zum Schluss noch ein kleines Leckerli, ein völlig neues Schloss, das wir uns angeschaut haben und durchaus einige interessante Feststellungen gemacht haben. Darüber werden dann vor allem Jan und Michael sprechen. Gut, Secret Keys, was meine ich damit, damit meine ich das. Okay, ich glaube, der ist jetzt nicht mehr ganz so Secret. Deswegen habe ich nicht meinen genommen, sondern der gehört Sebastian H. obwohl es ein wirklicher Name ist. Ich hoffe, er passt nicht zu seiner Haustür. Die Frage ist, was ist daran jetzt eigentlich Secret? Also bisher gewesen eigentlich nur der Schließcode, weil das Profil ist ein Standardprofil. Im Prinzip besteht so ein Schlüssel immer aus zwei Anteilen. Einmal ist es der Rolling, der durch verschiedene Sperrrippen. Also ich sollte es vielleicht mit der Maus machen, damit wir es auch im Stream sehen. Also hier das Profil ist durch diese Rillen gekennzeichnet. Das hier ist ein sogenanntes Standardprofil. Das heißt, wenn man weiß, dass es ein Abus ist, weiß man, wie das ausschaut. Und das echte Geheimnis liegt in diesen Einschnitten hier. Wir haben hier fünf Einschnitte, die verschiedene Tiefen haben. Das hängt vom Hersteller ab. Aber wenn man den Hersteller kennt, sind die definiert. Bei Abus denke ich acht oder neun. Die genau definierte Höhen haben. Das heißt, ich kann das als Code aufschreiben. Zwei, eins, fünf, drei, drei oder sowas. Hier fehlt ja eine Folie, darum muss ich relativ viel erzählen. Ich weiß nicht, wo die verschwunden ist. Eigentlich hätten das drei säuen sollen. Jedenfalls, diese Zahlenkombination ist eigentlich das einzige Geheimnis in diesem Schlüssel. Warum funktioniert das trotzdem so gut? Weil im Prinzip ist es ja nicht so, dass Leute andauernd euren Schlüssel mal gesehen haben und dann in eure Wohnung gehen. Das liegt daran, dass erstens die ganze Sache mit den Rohlingen, nicht jeder kann die zu Hause einfach in Sammlungen haben. Nicht jeder hat die für alles. Es gibt die geschützten Schließsysteme, wo die Rohlinge nicht frei verkauft werden. Die Frage ist, ist das wirklich ein erfolgreiches Security-Konzept? In der Praxis funktioniert es momentan noch einigermaßen. Dann hat auch nicht jeder eine Schlüsselfräse. Das heißt, wenn ihr wisst, mein Schlüsselcode, den ihr jetzt da vorhin ausgelesen habt oder von Sebastian H. ist 13578, was auch immer, hat nicht jeder gleich eine Kopie davon. Anders als beim SSH-Key, wenn ihr den habt, könnt ihr einbrechen. Hier müsste man das noch zusammenbauen. Und natürlich kennt auch niemand den Schließcode in der Regel. Das wiederum ist nicht ganz so natürlich, weil man kann den relativ gut auslesen, auch aus so einem Foto. Woran kann man das? Weil das Profil einem hilft. Wie wir hier sehen, kann man relativ leicht erkennen, der hier geht genau bis zur Mitte dieser Welle, dieser geht bis zum Anfang der Welle, dieser geht jetzt im unteren Teil, wo es so sich wählt und so weiter. Und man muss ja nur acht Stufen unterscheiden. So etwas ist durchaus optisch auszulesen. Und da gab es auch schon im Prinzip in der Vergangenheit Leute, die das mit Teleobjektiven und so etwas gemacht haben. Das heißt, was im Prinzip fehlt, ist der einfache Weg, wie kriege ich vom Schließcode den Schlüssel oder erst mal, wie kriege ich den Schließcode. Gut, was war da in New York? In New York gab es einen Menschen, einen Schlüsseldienst oder ähnliches, der hat Schlüssel auf Ebay verkauft. Ein Reporter, der New York Post, hat diese Schlüssel gekauft. Und das sind Schlüssel, die im Prinzip in New York alle möglichen Aufzugtüren, Feuerwehrkästen und so weiter, im Prinzip könnte man sagen, der Generalflüssel für New York oder ein Set von fünf Generalflüsseln für New York, hat er gekauft, hat einen Artikel geschrieben und geschrieben, hu, das ist aber ganz böse, dieser Mensch ist total durchgeknallt, er verkauft diese Schlüssel, das kann man doch nicht machen. Naja, dieser Artikel enthielt ursprünglich ein Bild dieser Schlüssel. Da ist die Lockpicker-Gemeinde natürlich sofort aufgesprungen, hat diesen netten Menschen angeschrieben, hat gesagt, hallo, du regst dich etwas auf und machst selber den größten Fehler, den man nur machen kann. Die Antwort war, supposed published pictures of the fire service keys only after checking with locksmiths who said duplicates could only be made without the original in hand. Das heißt also, wir haben das nur gemacht, dass die mal wirklich vergewissert haben, das kann man gar nicht kopieren von den Bildern. Hm, jetzt haben die halt irgendeinen Locksmith gefragt, der so einen Laden in New York hat und die kopieren Schlüssel halt, indem sie sie in eine Fräse spannen, die Taste mit der einen Seite ab und schneidet auf der anderen. Das heißt, die können den Schlüssel nur kopieren, wenn sie original haben. Das ist aber jetzt natürlich keine Aussage, dass das generell so ist. Im Prinzip, wenn man den Schließcode kennt, aus dem Bild kann man den lesen, kann man den mit einer Pfeile, kann man den mit einer Maschine, die nach Code schneidet, einfach machen. Und das Tragische dabei ist, wie ihr seht, der Artikel ist ja jetzt ohne Bild. Aber da ist dieses Problem mit dem digitalen Radiergummi. Das ist jetzt von der Huffington Post. Der Artikel ist immer noch online, sonst würde ich es hier nicht zeigen. Aber den Artikel gibt es leider immer noch online und es gibt zig weitere Kopien, die einfach das quasi abgeschrieben haben, was der geschrieben hat. Da heißt, diese Schlüssel sind jetzt bekannt. Sie haben verschiedene Schließsysteme. Im Prinzip sagen alle Leute, die sich mit amerikanischen Schlüsseln auskennen, das reicht aus, um diese Schlüssel nachzufeilen. Und soweit ich weiß, wir kommen vielleicht zum Thema 3D-Drucker, gibt es auch schon Leute, die die drucken wollen. Das heißt, also irgendwelche Gebäude in New York, die sich darauf verlassen, dass ihre Feuerwehrschlüssel in solchen Kästen stecken und so weiter, müssen jetzt aufpassen, dass sie das vielleicht ändern. Gut, das ist jetzt aber nicht nur ein New Yorker Problem. Solche Standardschlüssel gibt es auch in Deutschland. Ich weiß nicht, wie viele damit vertraut sind, aber in der Regel eben für Feuerwehren, für anderes in Gemeinden gibt es Schlüssel, die sperren solche Kästen auf, wo dann die echten Schlüssel im Gebäude drin sind. Und das ist in der Regel wirklich ein Schlüssel. Ich habe den Schlüssel für München. Theoretisch wurde mir mitgeteilt, der sperrt tatsächlich in sehr vielen Gewerbemobilien einfach einem die Tür auf. Oder die Hintertür oder die Garagentür oder Ähnliches. Das heißt, das Einzige, was Leute daran hindert, dass diese Schlüssel weit benutzt werden, ist, dass es bisher auf Singiverse davon keine Modelle gibt. Ist natürlich die Frage, würde das klappen? Gehen wir erstmal zurück zu einfachen Standardschlüsseln. Ein Thema, auf das ich nach meinem Talk, ich glaube vor fünf Jahren müsste das schon gewesen sein, über Handschellen oft angesprochen wurde, was ist denn mit diesem Standardschlüssel für Handschellen? Der ist tatsächlich relativ simpel und ist eben auch ein Schlüssel für im Prinzip alle. Viele Leute glauben, da hat irgendwie jedes Modell oder jede Polizeieinheit oder irgendwas an eigenen. Die sehen auch verschieden aus, sind aber im Prinzip alle völlig gleich. Völlig gleich sind sie nicht. Es gibt wirklich Unterschiede in Mikrometern, aber im Prinzip es gibt so zwei Hersteller, deren Schlüssel passen eigentlich eh schon überall und die Kollegen von Tool haben letztes Jahr auch ein bisschen nachgemessen und hier ist der erste Sourcecode und wenn man den Schlüssel auf diese Maße feilt, dann passt der im Prinzip in 99,9 Prozent aller im Einsatz befindlichen Handschellen, zumindest in der westlichen Welt. Dieses Konzept eines Standardschlüssels und zu hoffen, dass den niemand hat, ist ein bisschen problematisch. Hier dank an Devin Ollem für diesen schönen Sourcecode. Bisher gibt es davon kein 3D-Modell, weil der einfach ein bisschen filigran ist, wobei ich gestern schon von jemandem gehört habe, der hat mich darauf angesprochen, der will es versuchen, weil die Drucker entwickeln sich ja mit der Zeit auch weiter. Das heißt, vielleicht kann man dem bald auch, wenn man die passende Maschine hat, sich nachdrucken. Gut, was man aber auch kann, ohne die nachzudrucken, es gibt die auch fertig aus Plastik oder versteckt. Ich will auf diese Details nicht so sehr eingehen, wie wir am Anfang ein bisschen Zeit verloren haben. Das sind verschiedene Varianten, solche Schlüssel versteckt zu tragen, aber immer noch aus Metall. Es gibt die aber auch nachgegossen aus Plastik. Das ist also nicht 3D-gedruckt, sondern halt in der Form gegossen, aber halt Plastik und in relativ unauffällig, sage ich mal. Das heißt, das 3D zu drucken ist zwar möglich, allerdings gibt es sie auch schon relativ billig fertig, von daher eigentlich kein so spannendes Ziel. Das ist ein Reißverschlussanhänger, sieht erstmal unauffällig aus, innen wieder Plastikschlüssel. Das kommt auch am Flughafen, was weiß ich, problemlos durch, weil das merkt man nicht. Ein Armband, sieht aus wie so ein Parashort für den Handgelenk, in der Schnalle wieder ein Schlüssel. Und wie gesagt, komplett Plastik, das ganze Teil, das heißt, also eher unauffällig, hatte ich auch im Flugzeug schon mit, einfach zum Spaß, besonders Nutzen hat das nicht, weil da wird es selten vorkommen, dass man sowas braucht, aber den nicht, andere kommen wir später zu. Aber gut, die Schnalle gibt es übrigens auch einzeln, das heißt, kann man an Rucksäcke überall dran montieren, in Plastik im Prinzip möglich. Gut, aber wie gesagt, Standardhandstellen ist ein altes Thema, hatten wir schon, wird langsam langweilig. Wir wollten zu 3D-Druckern, zu Lasercuttern und zu etwas schwierigeren Schlössern. Das erste, was wir mit 3D-Druckern gemacht haben, erinnern sich vielleicht Leute darauf, auf der H2009, da haben wir den Handstellenschlüssel der holländischen Polizei nachgedruckt, weil er war ja in Holland. Das war im Prinzip der allererste Schlüssel, soweit ich recherchiert habe, der ein echtes Schließsystem sperrt, der mit einem 3D-Drucker gedruckt wurde. Man sieht, der ist schon ein bisschen komplizierter, er hat, ich nehme den Pfeil hier, er hat hier 3 Sperrinformationen im Prinzip. Das ist also ein Chub-Schloss mit 3 Hebeln und diese 3 Höhen definieren im Prinzip den Code. Das heißt, er könnte auch mit anderen Codes geschnitten werden, wobei unser Modell damals extrem unflexibel war. Das kann genau diesen Schlüsseldrucken, Varianten wären sehr aufwendig herzustellen. Gut, dann habe ich im Internet das hier gefunden. Es ist das sogenannte Disruptive Passenger Restraint Kit. Das ist für diese wilden Passagiere, die ihr im Flug die ganze Zeit erlebt, die dringend ruhiggestellt werden müssen. Und das ist tatsächlich auch mit einem Hochsicherheitsschloss versehen. Das ist im Prinzip eine bekannte Handschelle aus England, die von der Firma Chub ist. Chub kennt man aus der Lockpicker-Szene, ist eine Firma, die eigentlich auch Tresorschlösser und Ähnliches herstellt. Dementsprechend ist da auch ein echtes Schabschloss drin. Also auch wieder drei Scheiben, verschiedene Höhen. Ich habe es da mal aufgemacht, dass man mal sehen kann, wie die Mechanik funktioniert. Lieber nicht den Laserpointer. Was wir hier sehen, sind diese drei Scheiben. Die bewegen sich auf und ab durch Federn gedrückt von hier unten. Und wenn die durch den Schlüssel in die richtige Höhe gedrückt werden, dann tut dieser Spalt sich quasi ausrichten und dieses kleine Metallteil kann sich hineinbewegen. Das ist im Prinzip schon eine richtige Sperrfunktion, aber mit drei Höhen noch relativ simpeln und vor allem, was das Schöne ist, man sieht hier einen geraden Schlitz ohne irgendwelche Bolzen in der Mitte. Da habe ich mir gedacht, das muss man doch 3D drucken können. Ich habe also erst mal geschaut, ob das überhaupt aus Plastik funktioniert oder in der Kreditkarte einen Nachschlüssel geschnitten. Das kann man sich mit der Nagelschere oder so auf der Flugstotilette auch mal kurz selber machen. Jetzt wisst ihr endlich auch, warum Nagelscheren an Bord verboten sind. Gut, nachdem das Proof-of-Concept-mäßig funktioniert hat, habe ich das Ganze mal in QCAD nachgemalt. Der Schlüssel sieht jetzt nicht genau wie das Original, aber der Schließbad entspricht dem, was ich an dem Teil aus dem Kit von Ebay nachgemessen habe. Habe das mit OpenS-CAD in ein 3D-Modell verwandelt. Das ist sehr schön, wenn man eine 2D-Variante hat, kann man die mit OpenS-CAD einfach in 3D umwandeln. Auf dem Rap-Man gelegt und kommt raus und sperrt auf. Das klappt also relativ problemlos. Das Lästige dabei ist, wer sich mit 3D-Druckern schon mal beschäftigt hat, das dauert alles doch eine gewisse Zeit. Inzwischen, ich habe gestern unten einen Drucker gesehen, der hat ein rollendes Bett, wo man den Schlüssel fast schon auswerfen kann. Das dauert trotzdem viele, viele Minuten. Man muss justieren, man muss in und so weiter. Und wir haben noch diese tollen Laser-Cutter. Haben wir mal geschaut. Das macht er übrigens in ungefähr einer Minute. Funktioniert wunderbar genauso. Also habe ich ein paar mehr gemacht. Also dafür braucht er dann ungefähr 6 Minuten. In der Zeit hat der D-Drucker 2 gemacht. Gut, das ist jetzt alles so ein bisschen nicht ganz aktuelle Sachen, weil das haben wir dann in New York, also habe ich auf der Hope in New York präsentiert. Kam da auch relativ gut an und hat einen netten Artikel auf Forbes. Ich gebe es zu, nur dem Forbes-Blog. Schade, Mystery Man of the Year bleibt mir noch erspart. Veröffentlicht. Aber hat dann relativ viel in der Presse, wurde da retweetet und wie das heißt. Bei Forbes weiß ich nicht. Jedenfalls abgeschrieben. Und hat einige Reaktionen gegeben. Eine zweite Handschelle, die ich dabei auch noch aufgemacht habe, die sieht man hier auch im Bild, ist eine jetzt nicht besonders relevante aus Deutschland, die auch einen Standardschlüssel hat, war halt auch flach, konnte sich auch nachbilden. Der Punkt dabei war, die ist im Prinzip überhaupt nicht im Einsatz. Das heißt, die ist auch nicht von Ebay zu bekommen, die hatte ich auch nicht von Ebay. Da habe ich mir gedacht, gut, da muss ich das 3D-Modell jetzt nicht zwingend ins Internet stellen. Aber Forbes hat es gemacht. Der Herr konnte es nicht lassen, in seinem Artikel ein hochauflösendes Bild beider Schlüssel abzudrucken und auch noch meinen Schlüssel mit beiden Enden dazwischen zu legen. Gut, ich habe ihn direkt danach gesagt, das war jetzt nicht so klasse, weil da wird es Leute geben, die werden das ausmessen, werden einen Schlüssel danach machen und dann wahrscheinlich irgendwo ins Internet stellen. Denkt man, ja, das ist doch aufwendig, aus dem Bild und wirklich. Gut, auf Singiverse ist er. Ich habe ihn ausgedruckt und noch nicht ausprobiert, weil ich hier nichts Böses erzählen möchte. Wir können das nachher in der Lockpicking-Ärea dann mal anschauen, ob der tatsächlich funktioniert. Ich weiß nicht, falls der Mensch, der das da reingestellt hat, da ist, vielleicht interessiert es ihn auch, kann er hochkommen. Ansonsten, ja, aber diese Handschelle ist nicht wirklich in Verwendung, ist nicht wirklich relevant. Was ich wesentlich interessanter fand, war eine dritte Handschelle, die ich in New York nicht öffnen konnte, also vor New York nicht öffnen konnte. Das ist im Prinzip ein neues Modell, was von der deutschen Polizei mehr und mehr eingeführt wird. Man sieht hier im Prinzip auf dem Bild schon, es ist mechanisch relativ komplex. Es gibt eine tolle technische Richtlinie, Handfessel geschlossen. Die gibt es seit, weiß ich nicht, vielen, vielen Jahren auf jeden Fall. Die bespezifiert ganz viele, ganz tolle Dinge. Unter anderem, man darf sie nicht mit nachgemachten Werkzeug öffnen können. Aber auch ein paar technische Details, wie zum Beispiel, es müssen drei getrennte Schließfallen da drin sein. Darum werden es ein bisschen mehr Teil, wenn man es hier anschaut. Und es muss von beiden Seiten der Schlüssel einführbar sein, was die Sache nicht wiederum sicherer macht. Aber auf jeden Fall durchaus Details, die sagen, das soll ein Schloss sein, was nicht ganz so simpel ist wie bisher. Und es hat einfach nicht mit meinen Plastikschlüsseln funktioniert. Jetzt sind wir bei dem Punkt, wenn solche Schlösser sich ein bisschen wehren, dann muss man sie aufmachen. Insbesondere muss man sie sich so aufmachen, dass man sie anschauen kann. Und das ist eine Variante, ihr habt den Deckel abgemacht, habt eine Plexiglasscheibe drauf gemacht, sodass man quasi die Mechanik beobachten kann, während das Ganze funktioniert. Muss man schauen, ich weiß nicht genau, was ich hier überhaupt für Bilder habe. Genau das waren die Einzelteile. Hier sehen wir den entscheidenden Teil des Schlosses. Man weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, aber hier ist eine der Zuhaltungen, die nach oben zuhalten. Und dann kommt ein Trennblech und darunter ist das Ganze noch dreimal. Das heißt, wir haben in diesen Zuhaltungen drei Stück getrennt durch diese Trennblecher. Das ist der eine Teil des Schlosses. Der andere Teil des Schlosses ist dieses Element hier. Kann man den Pfeil sehen? Ich denke schon, oder? Dieses Element hier, das ist dazu gedacht, die Handschelle zu arretieren, nennt sich das. Das heißt, wenn die angelegt ist, wird da reingedrückt, damit die sich nicht enger stellt und damit sie nicht so leicht zu picken ist. Das funktioniert dadurch, dass dieses Teil sich nach hier drüben bewegt und dann hier unten diese Zähne blockiert. Das erste Problem dabei ist, mit Plastik hat man nur eine gewisse Kraft, die man aufwenden kann. Hier sehen wir im Prinzip zwei Federn, die in Kerben eingreifen, um diese Arretierung zurückzuhalten. Ich weiß nicht, ob das zu erkennen ist. Auf jeden Fall eine geht hier unten in eine Kerbe, eine geht hier in zwei Kerben. Was ich ein sehr lustiges Detail dabei fand, ist mir mit Benutzung überhaupt nicht aufgefallen, aber die haben tatsächlich es so gebaut, hier sind zwei Kerben, das heißt, der greift sowohl, wenn die Arretierung nicht eingedrückt ist, als auch wenn sie eingedrückt ist. Hier ist nur eine Kerbe. Der tolle Effekt dieser raffinierten Technik ist, man kann das Teil leichter reindrücken, als wieder rausnehmen. Gut, dafür haben Sie einige extra Teile, einigen Guss, aber ich denke, das ist ein typisches German Engineering, because we can. Aus meiner Sicht eine völlig sinnlose Funktion, aber gut, der Effekt jedenfalls ist, sie haben wegen zwei Federn drin und die Kraft war tatsächlich so hart, dass mir die Plastikschlüssel einfach permanent abgebrochen sind, beim Versuch, das aufzusperren. Weil man hat halt nur die zwei Millimeter, mit Acryl ist einfach die Kraft, die man aufwenden kann, begrenzt, wer es kennt aus Laserkatten, die Dinger brechen einfach leicht. Dafür wurde mir in New York tatsächlich bereits aus dem Publikum eine schöne Lösung vorgeschlagen, nämlich Lexane, hat der Mensch damals gesagt, er meinte damit Polycarbonat. Das ist im Prinzip von Bayer auch verkauft als Makrolon, ist also Markenzeichen, gibt es über verschiedene Varianten, ist effektiv alles das Gleiche und das lässt sich auch Laserkatten. Ist ein bisschen anstrengender, ich weiß nicht, ich glaube, das hatten wir von einem Raumzeitlabor schon mal welche auch probiert, das schneidet furchtbar hässlich, es stinkt, es qualmt, aber es ist halt deutlich stabiler. Damit lässt sich die Kraft aufwenden, aber es hat noch immer nicht funktioniert. Bricht weiterhin ab, wenn man es reinsteckt. Muss man genauer hinschauen. Und es hat sich herausgestellt, das Schloss hat tatsächlich eine sehr überraschende Eigenschaft, es wehrt sich gegen flexible Schlüssel. Ich glaube nicht, dass das rein designt ist, aber es ist halt da und wie funktioniert das? Hier ist der Schlüssel, der Originalschlüssel im Prinzip, der ist auf der volle Höhe und betätigt beide Teile des Schlosses zeitgleich. Das heißt, wenn man den dreht, fängt er hier unten an, diese Arretierung rauszuschieben und fängt hier oben an, die Zähne runterzudrücken. Der Effekt davon ist, es ist relativ einfach, Schlüssel rein 90 Grad drehen und die Handschelle ist offen, ist im Prinzip bequem zu bedienen, für den, der es machen muss. Hat aber den Effekt, wenn hier dieses Objekt, das Grüne hier, in irgendeiner Form flexibel ist, dann muss es hier ja die Kraft aufwenden, um diese beiden Federn zu überwinden. Während es hier im Prinzip noch gar keine Kraft aufwenden muss und auch später kaum Kraft, weil das hier relativ schwach gefedert ist. Das heißt, hier biegt es sich, bevor sich die Arretierung bewegt, während es hier schon runterdrücken will. Und damit macht es genau das, was ich nicht möchte. Es verklemmt sich selbst, weil es fängt an, hier Kraft auszuüben, während diese beiden Teile noch in Kontakt sind, rückt damit auf die Arretierung und erhöht die Kraft, die man braucht, sie rauszudrücken. Und das hält sich gerade so die Waage, dass im Prinzip, je mehr man dreht, desto stärker wird es festgehalten. Und das heißt, es gibt wahrscheinlich auch ein deutlich stabileres Material, solange es irgendwie flexibel ist. Und das sind diese Plastiksachen eben alle. Funktioniert nicht. Gut, lässt sich aber auch lösen. Man lässt einfach ein Ende weg. Das ist im Prinzip der Schlüssel, wie er, na eben, ich habe jetzt leider das Original gar nicht mit drin, aber das Original hat einfach beiden Enden hier diese Zähne gehabt, um eben beides zeitgleich auszulösen. Eine Seite weg, dann tut der Schlüssel natürlich nicht mehr diese Funktion erfüllen, dass er beides öffnet, aber man kann ihn nacheinander einsetzen. Da habe ich jetzt leider kein Video für. Ich weiß nicht, haben wir die Kamera hier oder können wir irgendwo zoomen, dass ich eine Live-Demo durchführen kann. Ansonsten müssen die Leute in den hinteren Reihen einfach gucken. Die Idee jedenfalls ist, wenn die Arretierung drin ist, kann man diesen Schlüssel jetzt nehmen. Das ist eine sehr kleine Plastikversion davon. Unten reingehen, erst mal drehen, man braucht relativ viel Kraft, wir können das nachher oben in der Lockpicking-Ära auch gerne mal anschauen. Man glaubt, der bricht ab, aber er sperrt irgendwann, macht die Arretierung auf, das heißt, jetzt ist es nicht mehr arretiert. Jetzt kann man es anders, ups, schwierig, mit zwei Mikrofonen und Händen, andersrum reinstecken. Und geht auf. Da dieses Modell und dieser Schlüssel im Prinzip auch relativ leicht verfügbar und weit verbreitet ist, das heißt, das ist jetzt kein großer Secret Key mehr, werde ich das 3D-Modell nachher auch irgendwo mal vielleicht zu Singiverse oder sonst wo hochladen. Das heißt, wer möchte, kann da auf dem Kongress mit dem Laserkater oder auch mit 3D-Druckern mal versuchen, das nachzudrucken. Und ich werde im Prinzip die Handschellen in der Lockpicking-Area mal lassen. Da kann man dann ausprobieren, ob die Varianten funktionieren. Ah, genau. Das wäre es eigentlich wieder zum Thema der Handschellen. Im Prinzip nur ein kleines Intermezzo, dass Standardschlüssel eben einfach nicht im Zeitalter von 3D-Technik unverbreitbar sind. Gut, zurück aber zu den richtigen Schlüsseln, wie wir sie am Anfang hatten. Ich will mal die Zeit im Blick. Ja, halb. Halb, ja okay. Da haben wir im Prinzip unseren Zeitschnitt schon wieder zu schnell aufgeholt. Aber passt, denke ich. Wir haben nichts Wesentliches weggelassen. Ja, bei den echten Schlüsseln hatten wir das Problem, dass die Rohlinge, also dass es Firmen gibt, die glauben, wenn man Rohlinge schützt, nicht verkauft, nicht jedem gibt, dass das das Problem löst, dass man die einfach kopieren kann. Es gibt seit relativ langer Zeit dieses schöne Gerät, das sich Easy Entry nennt. Das ist im Prinzip ein sehr spezieller 3D-Drucker oder eine CNC-Fräse. Eher eine CNC-Fräse, weil er fräst weg und baut kein Material auf. Jedenfalls, dieses Gerät macht genau das, was die Hersteller von den Schlössern nicht wollen. Es tastet einen Rohling ab und kopiert den. Wenn man den Rohlingern kopiert hat, kann man im Prinzip ganz normal, wie wenn es ein Standard-Abus-Rohling, wie vorhin aus dem Text gewesen wäre, in seine Schlüsselkopiermaschine spannen und den kopieren. Das heißt, diese ganzen Schlüssel für Schließanlagen, für große Immobilien, was auch immer, wo es heißt, DUNA-Duplicate, können nur mit Schlüsselkarte kopiert werden. Also sind alle nachzumachen. Im Prinzip muss man davon ausgehen, wenn man einen Schlüssel einmal aus der Hand gegeben hat, der einem standardmechanischen System entspricht, dann konnte der von demjenigen kopiert werden. Jetzt gibt es natürlich noch einen weiteren Schutzmechanismus, die Schlüsselrohlinge werden nicht nur nicht weitergegeben, die sind teilweise auch durch Patente geschützt. Da sind zum Beispiel Überhänge drin, da sind einfach verschiedene Sperrelemente drin, die man eventuell dann nachbildet und alles überwinden muss. Die Easy Entry löst das Problem relativ einfach. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Sie sagt hier jedenfalls, Gefahr von Patentverstoß, Gebrauchsanleitung, okay oder stopp. Das heißt, die sagen, das ist nicht unser Problem, das muss derjenige, der das Ding bedient, entscheiden und jemand, der vorhat, irgendwo einzusteigen, der vorhat, euren Schlüssel, den ihr ihm mal gegeben habt, warum auch immer, zu kopieren, der wird sich bestimmt um die Patentverletzung ganz schwer scheren. Ja genau. Es hat sich aber auch einiges getan im 3D-Drucken. Das ist etwas, was nicht ich gemacht habe, sondern jemand anderes, den ich in Amerika auf der LogCon getroffen habe. Das hier ist ein Modell für einen Schlake-Schlüssel, was ein standardamerikanisches Hausschloss ist. Und der hat den mit einem 3D-Drucker nachgedruckt und er hat nicht einfach nur seinen Hausschlüssel nachgedruckt, sondern er hat ein Open-S-Cut-Modell erschaffen, wo man als Parameter diesen Schließcode eingeben kann. Das heißt also diese fünf oder sechs Höhen der Pins. Und es erzeugt ein 3D-Modell und druckt genau diesen Schlüssel. Das heißt, das ist in der Tat dann im Prinzip der finale Todesstoß für die Secret-Key-Kopiersicherheit von Haustür-Schlüsseln. Man muss nur noch die Zahlen kennen, die man trivial auslesen kann, wenn man das Ding in der Hand hatte. Gibt es ins Open-S-Cut ein und hat ein funktionierendes 3D-Modell. Für deutsche Schlösser könnte das ein bisschen schwieriger sein, weil die teilweise relativ gemeine Profile haben, die ein bisschen filigraner sind. Für so ein Abus-Standardschloss müssen wir es mal ausprobieren oder auch für im Prinzip das, ich habe jetzt Abus gesagt, und dieser Rohling ist extrem verbreitet. Die allermeisten Standardschlöße haben ein sehr ähnliches Profil. Das dem nicht so unähnlich ist. Müssen wir mal ausprobieren. Könnte klappen. Kann man also im Prinzip als leicht kopierbar ansehen. Sollte man sich nicht darauf verlassen, dass man den mal aus der Hand gegeben hat oder auch nur hat fotografieren lassen, also irgendwo liegen lassen, wo ihn nicht fotografieren können, dass das sicher ist. Ist natürlich alles sehr ärgerlich, weil man hätte eigentlich gerne Schlüssel, die einem niemand einfach so wegkopiert. Vielleicht sogar, die man mal jemanden leihen kann, der entfernt bekannt ist, mal in die Wohnung soll, wie auch immer, ohne dass der Hande kopiert. Gut, im Prinzip bietet sich für uns Informatiker, Kryptologen, Hacker, was auch immer, da Elektronik an. Weil wir glauben, Elektronik beherrschen wir, Elektronik hat Kryptografie und im Prinzip stimmt das auch. Also wir haben bei Mikrochips Möglichkeiten, Sachen zu schützen, die immer wieder ausgehebelt werden, die immer schon mal besser sind und vor allem die Kryptografie ist auf einem Stand, wo sie im Prinzip momentan das Rennen gewonnen hat. Also das heißt, Kryptografie ist stärker als die vorhandenen Angriffsverfahren. Es gibt natürlich immer wieder Schwächen in Implementierungen, es gibt Schwächen in irgendwelchen Algorithmen, die relativ alt sind, aber aktuell existiert Kryptografie, wo wir davon ausgehen, wenn wir die richtig benutzen, ist die erstmal sicher. Schwierig ist natürlich trotzdem solche Tokens zu erstellen, die tatsächlich nicht kopiert werden können. Da kann man natürlich für Code-Eingabe machen, also quasi eine Passphrase. Das Problem, was aber trotzdem entsteht, ist in der konkreten Umsetzung. Ein ganz schweres Problem dabei ist, haben wir hier die Hardware, haben wir das nicht als extra Folie? Ah ne, machen wir gleich. Genau, also jedenfalls erstmal die konkrete Intimierung und man könnte sowas einfach fertig kaufen. Es gibt etliche Hersteller, die verkaufen Elektronikschlösser und könnte man sagen, nehmen wir so eins, die versprechen alle, man kann eine Schlüssel nicht kopieren, also gehe ich jedenfalls davon aus, bin alle meisten, wo ich es angestellt habe, steht deutlich dabei, der ist total unkopierbar, der wird euch in die Hand gedrückt, den kann nur in der Schlüsseldienst euch kopieren. Das große Problem ist, die verstehen dieses Kerkhoffsche Prinzip alle nicht. Wir wissen es eigentlich alle, ein Krypto-Algorithmus muss so gut sein, dass bei vollständiger Kenntnis des Algorithmus seine Sicherheit in keinster Weise geschwächt ist. Das hat von diesen ganzen, aus dieser Schlossindustrie, aus dieser Mechanik kommenden Welt, kein einziger Hersteller, mit dem ich bisher gesprochen habe, und ich habe mit einigen gesprochen, verstanden. Die verwenden alle proprietäre Verfahren, das kennen wir zum Beispiel von Legic, MyFair und so weiter, die waren so lange gut, bis sie jemand angeschaut hat, und dann waren sie halt kaputt. Das heißt, vielleicht wussten die auch aus gutem Grund, warum sie nicht verraten, was es ist. Andere hingegen stellen sich ganz stolz hin und sagen, wir benutzen AES 128, wenn man dann aber fragt, wie erzeugt ihr denn die Seeds, wie hasht ihr denn irgendwas, wie bildet ihr denn die Challenge, das ist ein geheimes Verfahren, das verraten wir nicht, das wäre ja völlig unsicher, wenn wir das erzählen würden. Ich versuche dann zwar klarzumachen, Online-Banking benutzen wir alle, ein vollständig offengelegtes Verfahren, nämlich TLS, da ist genau definiert, wie, was, wo berechnet wird, und trotzdem benutzt es die ganze Welt, und die Unsicherheit liegt höchstens darin, die Leute mit ihren Tanz umgehen, aber nicht darin, dass die Kryptografie angebrechen würde. Ist aber da wirklich nicht zugänglich, und ein Hersteller hat auf der Messe sogar mal richtig stolz erzählt, dass er noch niemandem, auch dem BSI, nicht sein Verfahren verraten hätte. Die hätten das zwar mal auditen dürfen, aber sie haben nur einen Teil gesehen. Klasse. Also das heißt, wenn man ein sicheres elektronisches Schloss möchte, hat man eine einzige Option, man kann es komplett selber bauen, das ist im Prinzip, gut komplett kann man nicht sagen, was wir in München im CCC gemacht haben, wir haben da einfach einen Motor genommen, und eine völlig eigene Elektronik dran gebaut, oder man kauft eine vorhandene Hardware, die dann noch mehr als der Motor ist, und rüstet eine eigene Elektronik nach. Das Problem mit der Mechanik ist, das ist nicht so richtig trivial. Also in so einer handlichen Form eines Zylinders, elektromechanisch sicher zu schließen, da braucht man irgendwelche Aktoren und so weiter, das ist gar nicht so einfach. Was eben funktioniert, ist so ein Motorschloss, wo die Tür einfach durch den Motor auf- und zugeschlossen wird, das heißt eben, wir haben in München so einen extern angesteckten Motor gehabt, in München einen neuen Club, da wird das neu gebaut, aber von der Idee wird es rauslaufen, wo wirklich ein Motor die Nase des Schlosses rein und draus bewegt, da ist kein klassischer Zylinder mehr drin. Sowas funktioniert gegen Magnet und ähnlich Angriff sehr gut. Man muss halt schauen, dass keiner an die Drähte drankommt und den Motor direkt betreibt. Was aber deutlich schwieriger eben ist, ist, was die meisten Anbieter einem anbieten, solche Sachen, die in einen Schließzylinderkanal klassisch reinpassen, da ist alles in kompakter Bauform, und wer die Vorträge der letzten Jahre auf den Kongressen verfolgt hat, der weiß da auch, es gab immer wieder Todesmagnete, Todesmagnete, die man unten dran hält, davor hält, irgendwie vibriert, schüttelt, und die gehen einfach mechanisch auf, ohne dass die Elektronik irgendwas tun muss. Ja, also eine lange, lange Geschichte von Exploit durch Schütteln, Magnete und so weiter, der wir vielleicht an Weiterskapitel heute hinzufügen. Dazu übergebe ich für ein neues Schloss, dieses hier, gleich an meine beiden Kollegen. Das ist jetzt kein besonders sicherer Schloss, aber ein sehr neues und schön elektronisch. Erstmal ganz kurz, worum es überhaupt geht, haben wir es zum Zeigen in der Hand. Genau, so ein Schloss hier, ist ein Vorhängeschloss, ist jetzt nicht high-end, ist jetzt nicht gedacht für Haustüren, aber ein schönes Beispiel für eben Elektronik und Elektromechanik, wird mit vier Richtungs-Codes bedient, hoch, runter, links, rechts, man kann bis zu zwölfstellige Sequenzen eingeben. Warum es auf zwölf limitiert ist, ist mir ein völliges Rätsel. Ich weiß nicht, ob das Flash zu klein war, nein, ich weiß, dass das Flash nicht zu klein ist, aber ist auch auf zwölf Stellen begrenzt aus reinem Zufall und ist gar nicht so ganz blöd, man kann einen Code definieren, der es aufmacht und umkodieren erlaubt und drei weitere Codes, die man bekannten, wie man auch immer geben kann, die es zwar aufsperren, aber die keine Programmiererlaubnis haben. Also wirkte soweit erstmal ganz lustig als Schloss, haben wir uns angeschaut und eben der Jan vor allem erstmal die Elektronik. Und das war es erstmal von meinem Teil des Vortrags. So, ich sage alles willkommen, also wir haben uns auch dieses Schloss, das haben wir auf der Masterlog-Seite, hat es dann jemand gefunden. Ich habe das natürlich noch direkt bestellt, musste das ein bisschen so über Borderlinks bestellen, weil die Firma halt nicht nach Deutschland direkt liefert und wir haben sie tatsächlich zur Deutschlandmeisterschaft auch bekommen. Das Schloss hat eine nette Elektronik drin, vielleicht kann man mal kurz das gleich mal zeigen. Ich habe mal kurz die Kamera auf mich. Wir haben nachher Bilder, glaube ich. Ja, aber hier ist das, also wie gesagt, das ist so, die Elektronik ist so ein kleines, nettes Platinchen. So, das ist die Vorderseite sozusagen, das ist so eine Folientastatur drauf und auf der Rückseite sitzt halt ein kleiner Mikrocontroller, das ist relativ kompakt. Dann hören wir mal den Vortrag wieder, bitte wieder. So, eine Leiterplatte ist auch nur einseitig bestückt, wie gesagt, auf der Rückseite ist halt diese Folientastatur, ist ein kleiner D-Motor drin, also nicht mal ein Schrittmotor, sondern einfach ein kleiner Motor mit so einem kleinen MOSFET-Treiber drin. Ich habe natürlich das auch ein bisschen reverse-ingeniert, habe direkt mal ein Schaltband von gemacht. Das ist ein MSP430-Controller, der sitzt hier so, hat hier so einen kleinen Power-Saving-Mode, den er über so ein MOSFET einschaltet. Hier unten ist im Prinzip eine RGB-LED drin, vier blaue LEDs und fünf Taster. Hier unten in dem Bereich ist ein Schalter, der von dem Bügel quasi betätigt wird, wenn ich es zumache. Das hier oben ist dieser Brückentreiber, ist auch ganz simpel gemacht. Es ist wirklich nur vier MOSFETs, zwei N-Kanal, zwei P-Kanal, zwei N-Megaohm, der Stände, die das quasi antreiben. Das Ganze sehr auf Stromsparen ausgelegt, also der Controller setzt sich dann selber in den Sleep-Mode rein, indem er seine Versorgungsspannung abschaltet und nur noch über sich regelmäßig dann retrickert. Und hier hinten noch so eine, das Nette an dem Schloss ist zwei Batteriefächer, da kommen wir später nochmal dazu. Man kann so ein, wenn das Schloss abgeschlossen ist, dieses Batteriefach im unteren Bereich, kann man ein Stück herausziehen und kann dann senkrecht eine Knopfzelle reinhalten, um das Schloss zu bestroben, wenn die Hauptbatterie leer ist. Das Ganze ist hier oben noch in dem Bereich, so ein bisschen mit einer kleinen Sicherung, eine Verbrüllungsschutzdiode, eine Diode in Serie und noch so eine Transistorschaltung mit einer 10er-Diode, die halt dafür sorgen, wenn die Spannung zu hoch wird, dass dann dieser System aufmacht und dafür sorgen soll, dass diese Sicherung hier im Prinzip auslöst. Hier ist nochmal kurz über den Mikrocontroller, wie gesagt, von Texas Instrument, ein MSP430 F2132, extrem low power. Das Schöne an diesem Controller ist, es gibt freie Programmierung geben dafür, sogar vom Hersteller, der hat netterweise auch die komplette Toolschen dafür und das Debug-Tool für MSP430 freigegeben, kann man sich bei TI herunterladen. Leider ist das eine Windows-Software, die auch leider sehr groß ist, aber verfügbar. Es gibt aber auch freie Compiler für diesen Controller. Das Nette, was natürlich der Hersteller gemacht hat, was wir ganz toll finden, er hat den Spy-B-Wire-Anschluss und das GTAC auf der Leiterblatt als Testpunkte herausgeführt. Das heißt, wir können dieses Schloss relativ einfach kontaktieren und netterweise muss man es nicht ganz zerlegen. Man kann also, wie man hier auf der linken Seite sieht, von der man den Deckel geöffnet hat, liegen hier die Spy-B-Wire-Anschlüsse direkt verfügbar oder man hat es auf der Hauptlatine auch nochmal mit Stromversorgung, man kann direkt da Spannungen einspeisen, kann man das Schloss debuggen. Netterweise hat der Hersteller auch keine Use-Es-Gesetz, man kann also die Firmware ganz normal auslesen, fände ich auch sehr nett, aber ist in dem Fall auch unkritisch. Ich meine, in dieser Firmware selber ist erstmal kein Geheimnis drin, was wir noch nicht gemacht haben aus Zeitgründen. Mastercode, gibt es einen Code, der alle Schlösser öffnet, ist da eine Backdoor eingebaut. Das muss jetzt halt durch dieser Sammel in der Firmware noch getestet werden, was wir in den nächsten Wochen, denke ich mal, auch dann vollständig durchgeführt haben. Hier habe ich so ein nettes Demonstrator oder ein Debugboard gebaut. Das ist so eine Holzplatte. wo man die Elektronik quasi hier oben direkt draufstecken kann. Das sind so Federkontakte aufgemacht. Da sitzt man hier oben, sieht man jetzt, wie die Elektronik drauf sitzt. Und das Programmer ist netterweise, gibt es eine nette 5-Dollar-Lösung, die ETI selbstverständlich zur Verfügung stellt. Das sogenannte Loungepad. Das ist dieses Loungepad hier, was man hier so sieht. Das kann man direkt den Controller, der dabei ist, herausziehen. Man muss diese vier Drähte, diese zwei Datenleitungen, Plus und Minus anschließen und sofort kann man es im Schloss herumdebacken. Eigentlich eine ganz nette Lösung. Sehr nett. Dankeschön, Masterlog, dass sie uns so einfach macht. Natürlich habe ich mir mal so ein bisschen über elektrische Angriffe mal was überlegt. Wir haben so ein paar kleine Designfehler. Also im Prinzip auf dieser Vorderseite, wo diese Folie drauf ist, da sitzt er auf der Schlossseite, ist diese Gummitastatur. Theoretisch könnte ich dort mit zwei Nadeln draufgehen und könnte den Motor direkt bestromen. Das weitere ist, dieses Batteriefach ist halt, wo ist denn die Kamera? Dieses Batteriefach ist halt, und das ist diese Folientastatur. Ich hoffe, man sieht es so einigermaßen. So, also man kann einfach vorne durchstechen. Das weitere ist, wenn man das umdreht, sieht man links oben, wo mein Finger ist, diesen Stecker. Dort kommt man halt auch relativ leicht ran. Die Kontakte sind dummerweise auch Richtung Batteriefach. Dieses Batteriefach ist aus Plastik. Man hat zwar eine kleine Sperre drin, aber das ist eine Plastiknase von einem halben Millimeter Durchmesser, die man relativ einfach herausreißen kann. Und was natürlich auch netterweise verfügbar ist, man kann dort auch die Spyby Wire Anschlüsse erreichen. Sie werden demnächst wahrscheinlich einen kleinen Testadapter machen, wo man dieses Schloss ohne es den Deckel zu öffnen, hinten um die Nieten rauszubohren, wahrscheinlich sogar mit einer neuen Firmware was sehen kann. So, Power-Clitching, Attacken über die Notbestromung, fraglich, ob nützlich, werden wir wahrscheinlich auch mal ein bisschen herumspielen. Was kommt als nächstes dran? Also, Analyse des Firmware-Dumps müssen wir noch machen. Ich habe heute schon die Wiki aufgesetzt. Da werden alle Informationen, die wir da rauskommen, werden wir dort verfügbar machen. Wir werden auch den Schaltplan in GitHub und die ersten eigenen Firmware-Experimente dort veröffentlichen. Was auch leicht ist, die Elektronik-Platin ist sehr trivial. Man kann sich also diese Folie hier oben herunterziehen und sie auf eine eigene Leiterplatte machen. So nette Sachen, dass man das Ding vielleicht mit der Rocket-Farm bedienen kann oder ähnliches, sind dann durchaus möglich. So, dann gehöre ich mir Michael, der wird jetzt noch ein bisschen was über die mechanische Hardware erzählen. Genau, hört ihr mich? Hi. Also, wie ihr ja schon rausgehört habt, haben wir uns natürlich gedacht, das wäre doch ein ideales, kleines Bastelobjekt, mit dem man wunderbar ein erstes Open-Source-Lock implementieren könnte. Hat schöne, blinkende Lichter, kann man benutzen für den Spind im Club und so weiter. Dann haben wir gedacht, das muss natürlich gut genug sein. Also, wie sagt man, sicher genug. Und haben es zerlegt, klar. Haben angeschaut, wie funktioniert es. Jetzt bräuchten wir vielleicht nochmal die Folien, bitte. Genau, haben angeschaut, wie funktioniert es. Also, relativ standardmäßiger Aufbau. Man zieht an den Bügel dran. Hier gibt es so zwei Rollen, links und rechts eine. Wenn man an den Bügel zieht, möchte hier ein Element nach unten gedrückt werden. Hier ist eine Sperrscheibe. Die sorgt dafür, dass der Bügel nur dann rausgezogen werden kann, bevor der Motor richtig gedreht hat. Diese Sperrscheibe sieht man hier. Dieses Gelbe stellt das Teil da, was da rein möchte in die Öffnung. Und wenn man die Sperrscheibe um 90 Grad dreht, dann passt das da rein. Zu beachten ist, das ist eine starke Umwucht. Also, es möchte gerne in diese Position fallen hier. Also, es möchte gerne, je nachdem, wie man das Schloss hält, noch offen fallen. Allerdings gibt es hier so Kerben, die das normalerweise verhindern. Dann gibt es ein schwarzes Element hier, was vom Motor gedreht wird und das normalerweise blockiert. Also, haben alle möglichen Manipulationsversuche, wo man es schüttelt und dran wackelt und so weiter, sind fehlgeschlagen. Wir dachten, das machen wir mal ein bisschen systematisch. Ja, fräsen es auf, bauen es wieder zu, schauen es uns ganz genau an. Haben immer noch nichts mit Schütteln gefunden, aber haben dann natürlich doch das übliche, den Evil Magnet angesetzt. Und jetzt würden wir euch kurz das gerne noch als Video zeigen, was wahrscheinlich das Einfachste in restlichen Minuten reageht ist. Genau, wie viel? Mikro noch an? Nein, doch, ja. Genau. Wir haben überlegt, wir könnten das hier jetzt live zeigen, aber das klappt nicht in der Regel praxismäßig. Nein, nein, nein. Also, hat das ja ausgeschaltet. Ja, also, macht mir denn die Mikros aus hier. Wie gemeint. Das ist gemeint. Eben war es noch an. Genau. Wir können auch parallel versuchen, live zu zeigen. Wir haben es nur, sicher jetzt habe ich das Video vorbereitet, weil sowas ja immer toll klappt auf der Bühne. Also, es ist halt das übliche Problem mal wieder. Mit Magneten trivial ging es nicht. Einfach so ziehen, wie bei verschiedenen Alten, dass der starken Magnet es wegzieht. Aber mit dem richtigen Move, den eine neue Person uns hier mal vorführt. Also, man sieht, wo das war. Es sperrt elektrisch ab. Genau, das ist auch ein Punkt. Man muss es zumachen, dann sperrt der Motor es elektrisch ab, weil allein würde es nicht einrasten. Jetzt kommen die Moves. Hier wird jetzt der Motor durch den Neodymagnet gedreht. Also, im Inneren dieser Motor wird leicht mitgedreht. Hat man im offenen Schloss eben sehr schön gesehen. Das hilft bei der Analyse dabei sehr gut. Man wechselt ab und zu die Priorität, weil es ab und zu in eine Dead-End-Position kommt. Schüttelt ein bisschen wegen der Unwucht und Offen. Und Offen. Danke, Entschuldigung. Genau, und weil das natürlich nicht geht, dass so ein wunderschönes Bastelobjekt so unsicher ist, haben wir das als Responsible Disclosure jetzt betrieben, haben den Hersteller natürlich darüber informiert und glauben, dass er jetzt an einer magnetischen Abschirmung arbeitet, so dass man zumindest größere Magneten braucht. Aber ganz ehrlich, also ich meine, wenn ich irgendwas habe, wo mir immer der Finger an den Spind einklemmt, dann ist es natürlich irgendwann vielleicht für den Spind auch gut genug. Ja, und das Letzte, was wir noch zeigen wollten, hatten wir als Foto eingebaut, und das ist nicht auf die Folien gekommen. Wo ist es denn jetzt? Ah, stimmt. Wir haben nämlich, gefixtes Schloss. Wir haben einen Temporary Fix eingebaut. Haben wir die Kamera? Die Kamera ist extra auf die Bühne gekommen. Ja, ganz genau. Das ist das mit dem Lasercutter. Kann man natürlich auch fix das einbauen. Wir haben ja in München den Lasercutter inzwischen und da haben wir einen ganz schönen Fix angewendet. Das muss erst mal reichen. Ja, wir sagen Dankeschön und gehen jetzt ins etwas kurze Q&A. Ja, ganz herzlichen Dank an euch für den Vortrag. Jetzt gibt es erst mal eine Frage aus dem Internet gleich von unserem Signal Angel. Wenn ihr Fragen habt, stellt euch bitte an Mikrofonen auf, dann sehe ich auch, wie viele Fragen es gibt. Erste Frage aus dem Internet, der Signal Angel Getsig, bitte. Erste Frage, da ist den Leuten mit diesem Schlüsselkasten wohl ein bisschen sauer aufgestoßen. Wie ist das bei Wohnungen? Also wenn man im Block wohnt, muss man da auch davon ausgehen, dass irgendwo im Erdgeschoss ein Schlüsselkasten ist mit einem Generalschlüssel oder mit dem eigenen Wohnungsschlüssel? Davon muss man, glaube ich, nicht ausgehen. Man kann mal schauen, wo sich die Kästen rumhängen. In der Regel hängen da Schlüssel für Betriebsräume, für den Keller zum Beispiel. Bei uns im Altenbieter-Club war das sehr praktisch, weil wir dann in den Keller konnten, wenn man der elektronische Schlüsselanlage versagt hat. Aber für den Wohnungsschlüssel, ein Generalschlüssel wäre, glaube ich, schon sehr bösartig. Aber im Prinzip, wer ein Schloss vom Vermieter in der Wohnung hat, sollte vielleicht eh drüber nachdenken, ein eigenes einzubauen. Danke. Okay, dann vielleicht direkt, bevor ich mich meiner Frage zuwende, direkt ergänzend dazu, sind natürlich typischerweise die Schlüssel, die da drin sind, Schlüssel eines Schließsystems, und zwar tendenziell eher auch welche mit mehr oder weniger hohem Generalsrang. Auf jeden Fall aber schon mal ein sehr großer Schritt in die richtige Richtung, um sich eine Idee davon zu verschaffen, wie denn die einzelnen Wohnungsschlüssel wohl aussehen könnten. Ja, weshalb du eben für deine Wohnung ein eigenes Schloss einbauen möchtest. Ja, ja, klar, das ist natürlich die sowieso einzig senkrechte Lösung. Nur so als Ergänzung, wo das jetzt gerade aufkam. Dazu noch eine Sache. Der Hausbesitzer kann sogar so, jederzeit in der Schließkarte, genau den Schlüssel für deine Wohnung nachbestellen. Also das ist... Ja, ja, klar. Was ich fragen wollte jetzt, ich finde diese Idee mit dem, also im Grunde das Schloss, wenn man es richtig machen würde, finde ich sehr reizvoll und leicht dahin weitergehend. Habt ihr irgendwie erwogen, wenn ich mal Maschbau, ist ja jetzt auch nicht so eine exotische Disziplin, zu gucken, ob ihr Lust hättet, sowas mal richtig zu machen, irgendwie als Projekt? Ja, das gibt es schon. Ja, du hast die Uhr nicht genannt, genau. Ja, ja, hier, guck mal raus. Genau, wir haben seit Längerem schon das Projekt theopensourcelog.org, wo wir im Prinzip versuchen, auf irgendeinem Weg mal ein vernünftiges Open-Source-Schloss zusammenzubekommen. Das heißt, wer tolle Ideen hat, wirklich eine Hardware from scratch zu bauen, wir haben da eben bisher Ideen, die halt wirklich eine Tür fest montiert werden müssen, die nicht einen Zylinder ersetzen, kann da gerne sich auch mal melden und mitmachen. Wir hatten halt jetzt die Idee, vielleicht gibt es irgendeine Hardware, die für irgendwas taugt, bis sie halt leider erfolglos. Also es ist eine Frage der Zeit und des Aufwands, die man da reinstecken kann, wenn ich hier gerne ein Mesh-Bauer mitmachen möchte. Sehr, sehr gerne. Wir haben ein riesiges Netzwerk an Experten, die das Peer-to-Peer-Reviewen werden und schauen werden, ob das gut genug ist. Da wird schon noch was Gutes draus werden, aber es wird noch ein bisschen dauern anscheinend. Und ihr seid ja hier im Assembly-Space, ne? Ja, wir sind oben bei den Log-Tickern und auch unten beim Mood-CCC, also in der Dortmund. Okay, dann hier aus dem Saal, hier Mikrofon zwei. Hi. Eine Frage, habt ihr euch auch schon mal mit Transponder-Schlössern befasst? Ja, das passt hier nicht so ganz zu, weil sie halt sowieso nicht benutzbar sind, weil sie closed source sind. Wir haben eben einige der Hersteller gefragt, ob sie was veröffentlichen. Es gibt auch eine Gruppe, die an einem ganz konkret momentan forscht. Da ist aber noch nichts zum Veröffentlichen soweit. Aber ja, es ist alles nicht so toll, wie man gewünscht hätte. Also gibt es da schon Ansätze, die Übertragung irgendwie abzufangen? Es gab ja den Legic-Angriff zum Beispiel, das war der Transponder-Schlösser, der hier veröffentlicht wurde, wo das mit den Legic-Karten, die Krypto gebrochen wurde. Das heißt, da hat man abgehört, kann danach klonen. Also es gibt gebrochene Transponder-Schlösser, es gibt noch ungebrochene, aber solange die den Source-Code nicht rausrücken, ist das eh höchstens zum Kaputtmachen gut, nicht um festzustellen, wenn ich will, es benutzen. Und es gibt auch, ja, also es gibt auch durchaus bekannte ältere Versionen von weitverbreiteten Transponder-Schlössern, die halt mechanische Schwächen haben, wo du ohne, dass du irgendwas mit der Elektronik machst, einfach durch Schlagen, Magneten, Klopfen und solche Dinge aufkriegst. Es gibt auch den Herrschel der ZES, der macht halt Schlösser von, die mit MyFair oder Legic arbeiten, da gibt es dann halt die IAMs und SAMs. Ich meine, wenn ich einen SAM habe, der höher geordnet ist, dann kann ich auch mir einfach ein Schließmedium berechtigen. Also diese Schlösser sind absolut unsicher und wird immer noch ein Geheimnis drum gemacht. Also bis jetzt alles, was ich gesehen habe, auch was wir in Zukunft wahrscheinlich noch veröffentlichen werden, hat nichts mit wirklicher Sicherheit zu tun. Okay, dann haben wir noch eine Frage aus dem Internet. Der Gretzik, bitte. Ja, ein bisschen spekulativ. Gibt es eigentlich elektronische Schlösser, wo man durch mechanische Arbeit an dem System, also Schlüssel stecken oder Karte stecken oder Klinke drücken, den Akku lädt? So Energieharvesting ist mir jetzt nicht bekannt. Es gibt... Doch, es gibt definitiv ein Tresorschloss zum Beispiel, das Kammermast, da wird durch Drehen des Knaufes die Kondensator geladen hat, wenn die Sperren nötig ist. Jetzt eins mit der Klinke, wirklich das Schloss? Ja, es gibt mindestens Patente und es gibt durchaus auch Ansätze. Ich habe kein kommerziell erfolgreiches Projekt bisher gesehen, aber für Safe-Schlösser ist das ideal, weil auf den U-Booten in den militären Richtungen und so weiter möchte man natürlich auch noch öffnen, wenn die Batterierung mal leer ist. Also da gibt es das mit dem Drehen. Genau. Okay, haben wir noch weitere Fragen aus dem Saal? Das sehe ich, ist nicht der Fall, aber aus dem Internet ist noch eine. Ja, eine habe ich noch. Gibt es gute Motorschlösser, die man in den Türrahmen einbaut oder sollte man die Finger davon lassen? Also wir haben, im Club bauen wir gerade ein neues System auf, wo ich jetzt auch mit die Hardware mache und die Schlosscontroller. Es gibt von FF oder Asser-Aploi oder von Dorma gibt es sehr gute Motorschlösser, die auch eine Überwachungssteuerung haben, ob Türklinke gedrückt ist, ob die Steuerfalle gedrückt ist und die sind mechanisch sehr gut, aber setzt euch hin, wenn ihr den Preis von so einem Einschlägschloss hört, das liegt bei etwa 600 Euro. Und bei Dorma will man auch einen Lockcontroller verkaufen, der dann nochmal um die 350 Euro kostet. Es ist eine hervorragende Lösung, aber sie kostet leider einen sehr überteuerten Preis. Und dazu gibt es halt auf Ebay entsprechende Sachen. Ja, wir haben es in Ebay, das sage ich gerne. Und billiger gibt es halt die Variante, die wir früher im Münchner Club hatten. Kann man in der Münchner Club-Wiki nachlesen, mit dem außen oder innen auf den Zylinder aufgesteckten Drehmotor von Abus Homematic oder ELV zu kaufen. Das kostet dann so um die 100 Euro und dreht halt einfach den Zylinder von innen. Ist im Prinzip die Bastellösung nicht völlig zuverlässig, aber hat bei uns mehrere Jahre funktioniert. Ja, wir werden diese Luftschleusensteuerung, die neue, werden wir wahrscheinlich auf irgendeiner nächsten Veranstaltung auch mal vorstellen. Das ist ein Open Source-Projekt. Okay, hier nochmal aus dem Saal, Mikro 2. Ja, ich möchte noch eine Empfehlung zu digital-mechanischen Zahlenschlössern aussprechen. Also ich selber habe eins mit 0 bis 9 und drei Buchstaben, also sprich 16.000 Möglichkeiten und das ist voll digital. Das ist halt Zusatzschloss eingebaut. Und habt ihr dazu auch? Das, was wir hatten, war ja auch voll digital hier. Das Problem war halt, dass es voll mechanisch ein Reinfall war. Ja. Und da ist die Frage, man müsste deins eben mal wirklich zerlegen, auffräsen und genau diese Analysen durchführen, die die Hersteller zwar machen, haben die auch gemacht, aber halt nicht zwingend so energisch, dass man sicher sein kann, dass die Mechanik, die hinter der Elektronik steckt, eben auch zuverlässig ist. Also es hat keine Elektronik, es ist rein mechanisch. Ach, es ist rein mechanisch. Okay. Ich komme am besten mal bei den Lockpickern vorbei und zeige ein bisschen, dann können wir schauen. Die meisten mechanischen Zahnschlösser sind relativ leicht, wenn man weiß, wie es geht, überwindbar. Also ich habe es nicht geschafft. Ja, eben. Ich bin gespannt. Komm mal vorbei, ja. Okay, super. Ja, wenn man das so alles hört, dann kann man ja nur hoffen, dass die Bude daheim noch zu ist. Ich sage ganz herzlichen Dank an euch, Sportfreunde der Sperrtechnik in München, für den Vortrag. Vielen Dank. Applaus